Der frühere US-Senator Joe Lieberman ist im Alter von 82 Jahren in New York gestorben. Er war der erste jüdische Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten gewesen. Todesursache waren laut seiner Familie Komplikationen nach einem Sturz. Lieberman war lange Jahre Senator für den Bundesstaat Connecticut gewesen. Im Jahr 2000 stand er im Präsidentschaftswahlkampf an der Seite des demokratischen Kandidaten Al Gore. Gore verlor damals mit hauchdünnem Rückstand gegen den Republikaner George W. Bush. Die Wahl musste letztlich vom obersten Gericht entschieden werden. 2004 bewarb sich Lieberman erfolglos um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. 2013 zog er sich weitestgehend aus der Politik zurück.